Hallo, wir sind Daten und Fäkali und das ist Daten und ich bin Fäkali. Und in der heutigen Folge haben wir uns mit verschiedenen Sachen beschäftigt, z.B. mit dem Thema Techno und möchten auch gleich einleitend dazu ein Video vorstellen, was wir mit unserem guten Kollege im Kür oder auch wahlweise Sebastian gedreht haben. Ne, Sebastian war nicht dabei, oder? Was meinst du jetzt? Ne, ich esse Gurke. Achso, achso, nicht wahr, oder? Jetzt müssen wir die Moderation nochmal machen. Ach. Ne, wir machen die jetzt nochmal. Ne, wir machen die nicht nochmal, oder? Holz, ist doch egal. Wir finden jetzt das Video, ich esse Gurke. Ja, viel Spaß, Uwe. Wir sind Daten und Fäkali Extended Version Cure und wir werden jetzt Musikgeschichte schreiben. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Es ist ein Rieschitzband. Musik Wenn ich die gucke Keinen lasse Was ich hier Mit dem Thema Wolle aufmischen Da guckst du blöd Ich Ette ja das war ja ein ja das war ja ein wunderschöner Clip den wir gerade gesehen haben ja ist jetzt gut und weil wir gerade beim Schlagen sind im nächsten Clip haben wir erforscht wie lange es braucht bis man blutet wenn man sich mit Wattebällchen bewerbt na auf hier ist Taten und Fäkali und wir bewerfen uns jetzt so lange mit Wattebällchen bis einer blutet Aua mach doch ein Bällchen draus wird das doch nichts du hast mich nicht mal getroffen ich bin ich bin ich denke, da wäre es folgendes ja, nein, tu es nicht Aua Aua mein Rücken Was ist im Halki? Nein, tut's nicht, tut's nicht! Nein, mit eurer Auge! Mein Bauch! Nein, nein! Oh Gott, oh Gott, nein! 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 Jetzt wissen wir alle, wozu was er gut ist. Oh mein Gott! Also, Alfred Arnus und ich, wir sind als Polizisten durch den Stadt gegangen und haben so einiges erlebt. Jetzt! Klipp, jetzt! Ne? Wie gesagt, mach's ab!